So, Hallihallo, da bin ich wieder in meiner Werkstatt und heute habe ich mal wieder hier eine kleine Realität. Das hier ist ein Schloss von der Firma BKS. Das ist ein so genanntes WC-Schloss, ein Fallenschloss und da geht das nicht mehr rein. Das ist einmal defekt. Ich denke mal, da ist irgendwo was weggebrochen und nicht irgendwo quer. Wir gucken uns das Ganze mal an. Dazu öffnen wir das Schloss. Dann können wir hier ganz vorsichtig den Deckel öffnen. Ja, so sieht das Schloss von innen aus. Das lässt sich nicht mehr betätigen. Mal gucken, wo drin das Licht. Da hakt es, unterscheuert das. Und hier denke ich mal, ist das Teil rausgesprungen. So, jetzt ist es auch wieder einwandfrei. Ja, das war ja nicht schön alles. Also, dieses Teil ist einfach nur rausgesprungen, dass das hier drin liegt. Wir können hier das nochmal rausnehmen, komplett. So, dann kann ich das nochmal zeigen. Das ist also dieses Teil hier. Das werden wir gleich nochmal eben ein bisschen vernünftig fetten. Das klebt hier eigentlich alles so ein bisschen drin, was hier drin ist. Das ist ein Fett. Also entfernen wir das ein bisschen. Das ist extra so ein Lösungsmittel dazu. So. Das geht wieder hervorragend. Dann können wir auch dieses wieder einbauen. So. Jetzt sollte das alles wieder funktionieren. So. 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 das war auch noch eingebaut hier also dann gehen wir schon mal bei so sieht das aus jetzt ist das eigentlich so wie es sein soll jetzt kann ich das einmal darüber betätigen ein bisschen finger aufhalten das kann ich das also darüber betätigen und ich kann das auch darüber betätigen machen wir das einfach mal eben zu aber das ist schön in ordnung wie das aussieht aber das spielen wir gleich noch ja also letztendlich war mit dem schloss gar nichts so dann nehmen wir mal hier einen schaubendreher der ist zu klein größer das verriegeln so und jetzt sehen wir da klemmt noch was so das ist wenn man die schlossplatte zu schraubt dann entsteht er das problem gucken ja also das problem ist die schraube hier noch jetzt geht das wieder wenn man die also zu doll anzieht dann will das schloss nicht so wie es soll gut da legen wir gleich noch eine kleine scheibe drunter dann ist das wieder in ordnung dann geht das jetzt wollte ich einmal vorstellen ein altes schloss von bks schloss und dieses schloss wird auf den wc türen eingebaut früher war das jedenfalls so wenn sie so was haben so ein altes schloss schicken sie uns das rüber wir machen das ganz gerne fertig überholen das einmal schauen das einmal durch wir das nachher wieder funktionsfähig ist hier und so hier hier